Herzlich Willkommen zum Hometraining. Heute geht es um unsere Oberschenkelmuskulatur. Wir trainieren damit mit den Squats. Viel Spaß damit! Für die Oberschenkelmuskulatur beginnen wir heute im Hüftbreit oder Schulterbreit geöffneten Stand. Setz die Füße genau auf, parallel zueinander. Spür die ganze Fußfläche auf dem Boden. Zieh den Bauten aber schon mal leicht ein. Atme ganz bewusst ein und aus und komm jetzt in die Beugung deiner Knie- und Hüftgelenke. Achte darauf, dass deine Kuscheln lang und gerade bleibt und dein Kinn schiebst du wieder ganz leicht Richtung Kinnkopf. Atme tief ein und aus und nimm deine Hände ganz entspannt vor deine Brust. Wir gehen tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Und wir bleiben dabei in einem ganz kleinen Radius. Nach unten fahren und nach oben fahren. 20 Grad hängen hier ungefähr und du atmest in deine Atmung ein und wieder aus. Nach unten fahren und nach oben fahren. Zentrum fgenes zeigen. 28 Grad hängen, kisz해 både zweireizelnen und zacken. 2500 Grad hat, konten ihr Kraft, Im Menschen einfach plất mehr, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Beim Ausatmen schieb den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Mach dich wieder ganz fest in deiner Lungmuskulatur. Noch vier halten. Drei mehr. Zwei noch. Wir gehen jetzt auf drei nach oben. Und hoch, hoch, hoch und tief. Auf, auf, auf und ab. Fahrt dreimal nach oben, bleiben die Bewegung und zwei nach unten. Auf, auf, auf und ab. Eins, zwei, drei, und tief. Wir gehen mit die Schultern. Rück, zurück, zurück und zurück. Eins, zwei, drei, und tief. Und atmen. Und bei dem Tempo in Atmung und bei dem Lungmus. Noch hoch, hoch, hoch und tief. Eins, zwei, drei, tief. Mach das noch viermal. Drei mehr. Zwei noch. Einer. Und jetzt bleib wieder unten. Halte. Atme. Noch vier halten und lächeln. Drei. Zwei. Fahr auf vier langsam hoch. Komm, eins, zwei, drei. Vier. Tief, 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 tief. Tief, tief, tief. Vier nach oben. Und vier nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht auf den Rücken. Lange gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Noch einmal mehr. Zweimal. Letztes Mal. Halt noch was. Dann grüße, schüttel mal die Beine aus. Entspann dich. Tief durchatmen. Und jetzt öffne deine Füße. Nähre die Schulterbreite. Wenn du magst, kannst du dir den Schulterbreite. Du weißt, Gott, noch Gewichte mitnehmen. Das machst du aber nicht. Und jetzt mal aus. Öffne die Füße. Nähre die Schulterbreite. Gib die Hand hoch. Spann dich. Nehre die Schulterknochen ab. In der Hals beuge. Zieh den Bauchnabel ein. Guck, dass die Füße nach außen zeigen. Das Becken ist tief. Den Knie schiebst du nach außen. Und du atmest erst einmal ganz bewusst. Einatmen. Und wieder ausatmen. Und wieder nach zwei. Tief und hoch. Ganz kleiner Bewegungsradius. Tief und hoch. Tief und hoch. Und weiter atmen. Flächeln tief. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Eins. Zwei. Zwei. Hoch. Auf Wiederer ganz kleiner Radius. Tief und hoch. Ein. Hoch. Noch vier Mal ab drei. Zwei näher. Und bleiben. Kurz mal die Beine durchstrecken. Entspannen die Oberschenkelmuskulatur. Atmen. Und wieder Hüfte und Knie. Nehmen ganz langsam. Auf vier tief. Auf vier hoch. Komm. Eins. Zwei. Gleich. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Tief auf vier. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Einmal. Nach vier Mal. Nöier. Neun. Zwei. Jörg. Inhol. Und jetzt auf, zwei Tieren, wir bleiben hier, grüße die Fiesse, im Wechsel, von oben, rechte Brüte, Fiesse, aufstehen, nach oben ziehen. Aus, Rauchnabel, immer nicht den Börbeslöschchen, macht es noch viermal, mit der Fiesse nach oben, drei, zwei, eine mehr, und jetzt bleib in der Fiessehebung und schieb dich ganz leicht, währenddessen du die Fiesse hehst, nach außen mit dem Knie. Spür hier, wie deine Oberschengelmuskulatur sich anspannt, schieb dich leicht nach rechts und leicht nach links. Und viermal. Drei, zwei, zwei, ein paar Meter. Bleiben wir ein bisschen aufbünen, das macht kurz die Beine strecken. Ein bisschen lauschen lassen, ein bisschen ausschütteln. Und jetzt gehen wir den Endspot, wir gehen auch eins tief und hoch. Dabei rollst du und streckst deine Knie. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einmal mehr, jetzt bleib tief und geh einen ganz kleinen Push nach oben, drück dich hoch, mini, mini, kleine feine Bewegung, atme. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eine mehr und bleib nochmal tief, spür nochmal deine Oberschenkel, das hast du super gemacht, vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitmachen, ich hoffe es hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann weißt du Bescheid. Gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.